Es fühlt sich so an, als wäre es gestern gewesen, dass wir auf dieser Kloake nahm ins Erde gelandet sind. Aber trotz aller Ärgernisse sind wir richtig entspannt geblieben. Wetter! Ein Klassischer Zusammenbruch, richtiger Staffel 1-Shit. Schwing! Warum kehren wir auf diesen blöden Planeten zurück? Ich lieb's hier, schlimmer als in meinen Erinnerungen. Mann, ich war schon geil darauf zu heiraten, aber ich wusste nicht, wie toll die Flitterwochen sein würden. Ja, alle tun ihr Bestes, um uns zufriedenzustellen. Das ist jetzt unser Wellness-Tag. Wenn ihr durchfällt, sorge ich dafür, dass ihr das ganze Jahr wiederholt. Wir wollen nicht zu den Jüngeren. Die kleinen Bitches sind mit Euphoria groß geworden. Ich schätze, der Planet ist nun etwas zu weit von der Sonne entfernt. Wir können das mit Sci-Fi lösen. Ist das die beste Idee aller Zeiten? Fickt euch Konsequenzen! Wir haben unseren Roboter J.K. Sevens dabei. Er ist wie eine Figur, die in der fünften Staffel dazukommt, polarisiert und sich gut vermasten lässt. Das reißt uns voll den Arsch auf. Habe ich das richtig verwendet? Nein. Cool. Mein Leben ist einfach super. Ich bin in dich verliebt und du liebst mich auch. Wir haben eine tolle kleine Familie. Schatz, in guten wie in schlechten Zeiten. Du musst das mit dem Föhn endlich mal lassen. Du hast keine Haare, du brennst dir ein Loch in den Kopf und das ganze Haus riecht wieder nach Brokkoli. Ich bin in dich verliebt. Du haste die さm horrible. Untertitelung des ZDF, 2020